Der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ist tot. Seinem Büro zufolge starb er im Alter von 89 Jahren an Herz-Kreislauf-Versagen. Genscher war von 1974 bis 1992 fast ununterbrochen Außenminister Deutschlands, so lange wie kein anderer Politiker. Als einer der ersten erkannte Genscher die Chancen der Entspannungspolitik von Mikhail Gorbatschow. Gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl gilt er als Architekt der Deutschen Einheit.